Und? Na, wie war das gerade das Spiel? So, Auflösung kommt. Ein SLK 350. Ganz schönes Auto. Eigentlich als Frauenauto verschrien. Hat sich aber jetzt meiner Meinung nach mit dieser Version definitiv geändert. Hat noch schöne Rundungen, aber jetzt nicht mehr diese ganz weiblichen Formen. Und ist für mich jetzt auch nicht nur ein reines Frauenauto. Also kann sich schon sehen lassen, vor allem mit der 350er Motorisierung. Da geht schon ordentlich was vorwärts, wenn man dann aufs Gaspedal drückt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall mal wieder zwei Wochen mit diesem schönen Spielzeug hier unterwegs. Und werde euch dann des Öfteren mal so ein kleines Rätsel geben. Mal eine kleine Aufgabe, dass das ein bisschen interaktiver wird. Und dann den Tag drauf kommt im Idealfall auch dann die Lösung dazu. Also ihr habt immer so 20, 24 Stunden Zeit, euch den Kopf zu zerbrechen, was es denn sein könnte, was ich denn meine. Und ja, also ich mache mich jetzt auf den Heimweg, denn es geht von München wieder nach Hause bei nicht idealen Bedingungen. Es wird wahrscheinlich gleich wieder anfangen zu regnen. Ich hoffe mal, dass der Oktober noch ein klein bisschen besser wird, was das Wetter angeht. Denn es ist ja ein Cabrio und Cabrios wollen ja gerne offen gefahren werden. Ich hoffe mal, dass der Oktober ist.